Die sich ihr angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. August 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Hochpartei-Wohnung befindet sich in Münster. Die Wohnung wurde 1984 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Hochpartei-Wohnung auf 555 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.